Das Scheitern des Verkehrsgipfels in Bozen ist natürlich schon eine große Enttäuschung. Denn wenn die regierenden Politiker nicht einmal in der Lage sind, einen Grundkonsens zu finden, dass der Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagert wird, dann kann man sich ausrechnen, dass in den nächsten Jahren gar nichts passieren wird. Und die Leidtragenden dieser Entwicklung sind natürlich die Menschen entlang der Brennerautobahn, die weiterhin im Verkehr ersticken. Ich muss sagen, ich empfinde es auch schon ein Stück weit als eine Respektlosigkeit, dass die Verkehrsminister von Italien und Deutschland es nicht einmal für notwendig empfunden haben, an diesem Gipfel überhaupt teilzunehmen. Denn das zeigt einfach, dass man kein Gespür für die Bedürfnisse und auch für die Nöte der Bevölkerung entlang der Brennerautobahn hat und dass man auch kein wirkliches Interesse hat, den Sperrverkehr zu verlagern. In diesem Sinne, glaube ich, müssen nun aber die Landeshauptleute der Europaregion Tirol selbst die Initiative ergreifen. Es gibt ja die Möglichkeit für die Landeshauptleute, für die Einhaltung der Gesetze Sorge zu tragen, gerade im Bereich der Lärmbelastung, aber auch was die Schadstoffgrenzwerte anbelangt. Wenn diese überschritten werden, dann müssen nun eben die Landeshauptleute aktiv werden. Ich denke, dass auch kein Weg an einer Erhöhung der Lkw-Maut auf der Südtiroler Seite der Brennerautobahn vorbeiführt, denn die Erhöhung der Lkw-Maut ist der Schlüssel zur Reduzierung des Lkw-Transits auf der Brennerautobahn. Man muss wissen, dass ein großer Teil der Lkw nur deswegen über den Brenner fahren, weil der Brenner der billigste Alpenübergang ist. Wenn es uns gelingt, diesen Umwegverkehr vom Brenner wegzubekommen, dann haben wir bereits einen Großteil der Problematik gelöst. Darüber hinaus schlägt die Südtiroler Freiheit aber auch ein Gesamt-Tiroler Verkehrskonzept vor. Das heißt, es braucht einheitliche Rahmenbedingungen in der gesamten Europaregion Tirol. Wir haben derzeit unterschiedliche gesetzliche Bestimmungen, was beispielsweise die Nachtfahrverbote anbelangt, aber auch was den Gütertransport auf der Straße für bestimmte Waren anbelangt. Hier braucht es einfach einheitliche Richtlinien. Vor allem aber braucht es einen Ausbau der bestehenden Eisenbahnstruktur, damit es zu einer Verlagerung nicht erst bei der Fertigstellung des Brennerbasistunnels, sondern bereits in absehbarer Zukunft kommt.